So auch auf die Psyche geht das natürlich auch, auf die Rübe. Hey, auf einmal du hast Paranoia, du fährst auf einmal in der Bahn so und da hinten unterhalten die sich irgendwie über ein Fußballspiel, aber du denkst die ganze Zeit, die unterhalten sich über dich so. Also die Rübe ist da heftigst am Rattern auch. Ja, du interpretierst da ganz viele Sachen in andere Sachen rein, in Gegebenheiten, die überhaupt nicht stimmen. Ja, dieses Paranoia, dieses Psychosending, du kannst dir auch ganz schnell eine Psychose rein rauchen durch den falschen Umgang, was auch bei vielen Leuten passiert ist, was bei mir auch passiert ist, aber ich gehe damit anders um. Ich habe das dann für mich selber, konnte ich mich da rausholen und so, aber viele meiner Kollegen auch sind in der Klapse gelandet.